Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ging um Rüstungswahn, kalte Krieger und Zensur Der Song war eine volle Breitseite gegen das DDR-Regime Die Kölner waren auch im Osten gefeierte Stars Schließlich hatte das staatseigene DDR-Plattenlabel Amiga ihr letztes Album veröffentlicht Man hatte gedacht, wir wären auf jeden Fall irgendwie eine kommunistenfreundliche Band oder was Was wir nicht waren Wir wussten ja, wir haben ohne Ende Fans in der DDR Es war schon gut, das zu wenigstens zu versuchen Obwohl wir wussten, dass Leute dabei waren von der DDR-Künstleragentur Die Künstleragentur, die sich die Ohren gespitzt haben Was singt denn der da? Was gab den halt nicht schriftlich, den Text? Ich hab den halt nur gesungen Und das noch ob Kölsch Doch so einfach ließen sich die Agenten der DDR-Künstleragentur nicht abspeisen Warum in aller Welt müsst ihr jetzt den Text sehen? Ja, wird einfach nur mal interessiert Ja, und nach langem Hin und Nähe haben wir ihn dann mal rausgerückt Und dann ging es eigentlich jetzt richtig los Den ganzen Tag wurde verhandelt und gestritten Mühsam arbeiteten sich Ostberliner Beamte am Kölschen Liedgut ab Äh, wo sind wir? Hier Das ist das Vesteckspiel Das ist das Vesteckspielregel nicht Wir können mehr interessieren als jeder längst Das ist eigentlich nicht bedroht Und wer es noch nicht weiß, dass wir das endlich hören Das wollen wir feiern Die Entscheidung ist jetzt gefallen Herr Niedecken Sie fahren ab Ja, ich kann nicht sagen, das soll man sonst machen Wir haben es drauf ankommen lassen Entweder wir spielen hier oder wir fahren wieder ab Haben die nicht geglaubt Haben gedacht, okay, irgendwann knicken die schon ein Nein, nein, wir sind dann abgereist Wie fühlt ihr euch denn jetzt? Ich bin beschissen Schlechter kann man sich nicht fühlen Bab brach also die DDR-Tour ab, bevor sie überhaupt begonnen hatte Ein Lied, ein paar Zeilen Und die erste Tournee durch die DDR war schon vorbei Wir sind ja am Moritzplatz in Westen gefahren Und der entsprechende Grenzbeamte kam im Bus und war totaler Bab-Fan Hat uns nichts kontrolliert, gar nichts Das wäre so toll, dass wir morgen Abend den Palast der Republik spielen wollen Und er wäre auch da Und er würde sich so freuen Der Tag danach Kein Gastauftritt von Bab beim Konzert Rock für den Frieden Ihr wisst, heute sollte an dieser Stelle die Gruppe Bab aus der BRD auftreten Die Gruppe hat es allerdings vorgezogen, gestern wieder abzureisen Sie wollten nicht unter dem Symbol der Weißen Taube auf blauem Grund auftreten Wir sind eigentlich alle ganz schön niedergeschlagen und urstraurig Statt jetzt also nie Niedecken und Kollegen fuhren zurück in den Westen Mit einer bitteren Erkenntnis Wir fühlten uns deswegen beschissen Weil wir mittlerweile auch kapiert hätten Dass die Leute sowieso wussten, wieso wir das spielen Das Lied wäre gar nicht nötig gewesen Ich möchte eigentlich gerne die ganze Tour so angehen, wie jeder andere Tour auch Und möchte eigentlich den ganzen Rom noch raushalten Aber trotzdem wollen wir vorher auch nicht zu viel sagen Und auch nicht irgendwie zu viel mit Presse oder Fernsehen oder irgendwas machen Weil im Endeffekt könnte dabei rauskommen, dass wir vor lauter Presse, Fernsehen, Radio, alles mögliche Überhaupt nicht mehr selber zum Empfinden kommen Hey, du oder? Und du, Mann, ist es hier so wichtig Dach, meine Güte, mach mir doch in den Teil, in den höchsten Sinn 24 Stunden vor der DDR-Tournee sind wir beim Auftritt in der Wolfsburger Stadthalle mit dabei Und erleben die Generalprobe für ein neues Lied Was ich noch sagen wollte, dass wir in der DDR spielen, habe ich eben gesagt Dass wir bestimmte Vorstellungen haben In Bezug auf wie die Leute drüben sind, kann man eigentlich nicht sagen Bestimmte Vorstellungen, was abgeht drüben, kann man auch nicht sagen Wir können nur sagen, dass wir hoffen, dass die ganze Sache so locker abgeht, wie sie hier abgeht Vom Publikum her Dass die Karten wirklich so an den Mann bzw. die Frau gebracht worden sind Wie man es uns zugesichert hat Weil es richtig gut abgeht Wo wir ein bisschen Angst haben ist, dass sowohl hier in den Medien als auch drüben in den Medien Nicht unbedingt, dass gesagt wird, also unsere Erklärung, wieso wir da spielen Hier wird ein bisschen verschwiegen, drüben wird verschwiegen Und insgesamt kommt das Ganze wahrscheinlich nicht ganz in den richtigen Hals Da wir die Angst schon länger haben, haben wir uns gedacht, wir machen es am besten so Schreiben einfach ein Stück über das Thema, wieso wir da spielen Ein Stück haben wir Ein Stück ist, deshalb spielen wir hier Deshalb spielen wir hier Hey, da oder? Kommt auf, weil ihr seid, hey, so weg Dass man im Urlaub sagt, wenn man jetzt sagen will, mit höchsten 10 Dass die Versteckspüren, die mir interessiert Ich sehe da nichts, weil ihr schon uns bedroht Und wenn man den Bass noch nicht endlich hört Dann wollen wir vier Grenzen los Betröschne und nicht so Wie dreht, wo wir sind ganz speziell für euch Warum wir sind, ist, warum wir euch nicht nicht jazgen So wie doch sicher ist, hat ein Leben nicht hier nöt Wenn man all die Vorteile aufzubauen Die sieht richtig auf Und keine Krähe, oje Scherz in Ost und West Weil das schön simpel, wenn auch grausam Wenn man alles, wie wir's her In der Schwarzwiesen gut und böse Schema presst Wie auch schon Hansel, schon uns damit belohren Die Angst geschüren in Bundeswehr und Volksabee Uns wurden auch jungen Mädchen, gemeinsam kalt bedrohren Damit alle anfangen, kommt so los, will man eh Eine Autobahn durch die DDR Ein grauer Januartag, willkommen liebe Zuschauer Eine Kölsche Rockgruppe Auf dem Weg zu einer Gastspielreise Durch die DDR Die Gruppe BAP Wolfgang Niedecken Warum überhaupt dieses Unternehmen Warum der Weg zu den Fans Vielleicht auch zu den noch nicht Fans In die DDR Das ist ja fast makaber die Frage Würde ich behaupten Was ist denn für Sie auslaggebend gewesen, dass Sie das ganze Unternehmen überhaupt gestartet haben? Für uns ist auslaggebend, dass wir gerne für Leute spielen Dass wir Lust haben, überall da, wo man halbwegs uns verstehen kann Für Leute zu spielen Und in der DDR ist die Nachfrage nach Auftritten von Rockbands Genauso groß, vielleicht auch größer Eben weil nicht so viele da spielen Wie in der BRD Und wir sind eingeladen worden Dann haben wir erstmal ein bisschen verschieben müssen Weil wir da gerade noch auf Tournee waren Beziehungsweise gerade Fix und Foxy von der letzten Tournee waren Jetzt war aber die Stimmung in der Gruppe ja nicht ganz einheitlich Es gab also welche, die unheimlich dafür waren Darunter auch Wolfgang Niedecken Und andere, die eigentlich eher ein bisschen skeptisch waren Ja klar, also Wie in jeder gut funktionierenden Gruppe Egal was er noch jetzt gerade macht Es gibt verschiedene Meinungen Und die müssen durchdiskutiert werden Und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt Wo eine Entscheidung gefällt werden muss Und das ist bei uns Die Meinungsbildung ist ziemlich gut von Staaten gegangen Wie lässt sich denn das beschreiben Was Gruppenmitglieder eigentlich dagegen hatten? Ja ich hatte Erstmal ein ganz simpler Grund ist Dass ich zum Beispiel diese Einreise Die wir gerade hinter uns haben Hasse wie die Pest Also wenn ich an der Grenze stehe Dann geht das bei mir so Dann laufe ich rot an Und kriege einfach die Wut Weil ich so Grenzen und so viel Militär Und so viel Schnickschnack und Ausweise einfach hasse Das war ein ganz blöder Grund Der andere Grund ist der Dass ich Sowohl im Westen als auch im Osten Ziemlich die Angst habe Dass wir da in irgend so eine Karre reingeknackt werden Sodass die Leute meinen So wie die Alternativ-Eband aus dem Westen So wir spielen jetzt für die im Osten Also ich brauche nur meine Eltern zu fragen Ich habe als wir in Magdeburg gespielt haben Im Fernsehen den Auftritt hatten Da sagten meine Eltern dann Ja die sehen das ja auch anders als ihr Und die tun ja dann auch so Dass die Texte von euch so verstanden werden Wie sie das wollen und so Und umgekehrt macht man das im Westen genauso Genauso im Grund zum Beispiel Dass ihr das jetzt filmt Ist für mich auch Das geht mir sowieso auf die Nerven Dass so viel Journalisten mitfahren Oder das irgendwie so ein riesen Aufwand ist Und wenn ihr uns jetzt fragen wollt Was wir jetzt da wollen und so Das können wir erstens gar nicht wissen Und für mich ist das auch ein Zeichen Dass der Westen auch irgendwie Sein Ding so durchziehen will Und deswegen uns alle vorher auch schon filmen Jetzt haben sie ja speziell für die Tournee Auch ein neues Lied getextet und komponiert Ein neues Lied das möglicherweise Ärger machen kann Weil sie ja da einige Wahrheiten Sehr klar ansprechen Weil sie vor allem auch ansprechen Ihre Freunde von der Friedensbewegung in der DDR Riskieren sie damit nicht einiges Ja das müssen wir einfach wagen Ich meine wenn wir bei uns kritisch sind Dann müssen wir da genauso kritisch sein Und genauso gradlinig und Klartext verbreiten Wie wir das normalerweise auch machen Aber wenn wir das nicht machen würden Würden wir uns selber nicht mehr gut finden Was sollten sie denn machen Wenn es also irgendwelche Auflagen gibt Wenn es also heißt Das Lied dürft ihr nicht singen Also wir haben ganz am Anfang Wie die Anfrage da war Ob wir spielen Da haben wir gesagt Wir spielen Wenn keine Einschränkungen gemacht werden Dann hat man uns gesagt Es werden keine Einschränkungen gemacht Und dann hoffe ich Dass man sich daran hält Dass keine Einschränkungen gemacht werden Wir werden Sobald das Dorf dazu kommen wird Werden wir unseren Koffer packen Und wieder abziehen Hat sich der Fall Ich meine Das ist natürlich dann sehr traurig Wir wollen auch wirklich hoffen Dass es nicht so weit kommt Aber wenn es so weit Wenn das passieren sollte Aber ich glaube nicht Dass es passiert Hey da oder Kommt auf Wann ist der Käse so weh Kann man den Mut und machen Darf wir jetzt sagen Mit höchstem Zehn Was die versteckt für real Nehmehr interessiert Seht sie da längst Weil der schon uns bedroht Werden wir nicht wissen Und endlich hören Da war man vier Grenzenlos Wo wir herkommen Werden z' Kellner da verdacht Sind Pharisäer Die sich Christen erbrannt Doch weiss ich Wie nennt es bekannt Ich joss uns ach Lass uns nur Menschen Sein Obfrau hat Kinderfang Man spürt We wüscht sie treffe Selbst du spürt Was hier los ist An uns ja ihnen Und krieg die spannende Zunge Seht ihr doch bei Verlust auf Falsche Eckschaffe Nee wir wollen bloß Wem Klartext Lieb an die epische Lier Man seh hier Spann doch jede Spänzler jeden Bruder Wo wir jetzt hier Werden wir Bestes aussehen Von Eisenach Bis Wackfurt An der Oder Mach man uns liebe Klassen Und der ist ein Spöne Nehmt das doch easy So die oft wiederholte Aufforderung von BAP an uns. Aber BAP selbst wirkt auch nicht sehr easy vor Tourbeginn. Untereinander hat er es kräftig gefunkt über Sinn oder Unsinn dieser Fahrt. Ein Fernsehauftritt in der DDR vor einigen Wochen hatte die Skeptiker bestätigt, denn da wurde kräftig geschnitten. Vielleicht ist da wirklich nicht sehr easy, mein erster Eindruck, dass einige von BAP nicht allzu viel von dem wissen, was in dem Land vorgeht, in das sie reisen. Nein, blauäugig seien sie nicht, aber schließlich sei ein Wolfgang Niedecken, auch nicht Außenminister Genscher. Nach fünf Stunden Fahrt kommen wir abends vor dem Hotel Unter den Linden in Ostberlin an. Keine spektakuläre Ankunft wie einige Monate zuvor bei Udo Lindenberg, als hunderte von Fans auf der Straße warteten. Kaum jemand der Hotelgäste scheint BAP zu kennen, keine Journalisten drängen nach Interviews. Lediglich einige Vertreter der DDR-Künstleragentur begrüßen noch locker die kölsche Rockband. Der nächste Morgen. Eigentlich sollte es jetzt mit BAP auf eine Stadtrundfahrt gehen, aber dann setzen sich in der Hotelhalle zwei Krisenstäbe zusammen. Die offiziellen der DDR-Künstleragentur und BAP. Wir hören, dass die DDR sich gelinkt fühlt. Bis zur Stunde kenne man noch nicht einmal den Text des neuen Liedes von BAP. Da soll er von der Volksarmee, von kalten Kriegern, von SS-20 und Pazifisten die Rede sein. BAP will nicht mit sich feilschen lassen, holt dann aber doch den Text. Wir merken, dass die Skepsis bei den DDR-Offiziellen immer größer wird. Mühsam werden kölsche Zeilen übersetzt. Dass wir mit dem Müll aufmachen darf. Wenn wir jetzt sagen wollen, es ist höchste Zeit. Dass man den Mund aufmachen darf, wenn man was sagen will, wird höchste Zeit. Wo sind wir? Hier. Das ist das Besteckspiel. Das ist die Besteckspielregel nicht mehr. Ich kann mich interessieren, dass jeder denkt, was euch an uns bedroht und wir es noch nicht weiß, dass wir es endlich hören. Das wollen wir feiern. Roland Temmel, genannt Balu, ist der Organisator dieser BAP-Tournee durch die DDR. Ja, Roland, im Augenblick haben wir jetzt 12.15 Uhr, am Freitag den 13. Was ist denn bisher passiert? Es gibt ein bisschen Stress. Tja, bisher passiert ist, dass wir halt gestern relativ normal eingereist sind. Das ist bei den Vorbesprechungen, wo zwei Leute von der Künstleragentur hier aus der DDR bei uns bei einem der Vorbereitungskonzerte waren, ein Stück gehört haben, was wir hier für die DDR gemacht haben. Und im Moment wird also nach längeren Diskussionen intern zwischen den Herren und uns offensichtlich auf einer höheren politischen Ebene entschieden, ob dieses Stück hier machbar ist oder nicht. Und davon wird im Wesentlichen abhängen, ob diese Tournee hier noch stattfindet oder nicht. Ihr habt ja auch jetzt vorhin schon im Hotel vorher hier eine längere Diskussion gehabt. Wart ihr eigentlich politischer Natur? Es geht uns eigentlich mehr darum, das zu machen, was wir bei uns auch machen. Nämlich niemanden zu fragen, ob wir irgendwas spielen dürfen und das zu machen, wozu wir Lust haben. Um das zu machen, wovon wir meinen, dass es richtig ist. Und jetzt völlig unabhängig davon, dass dieses Stück in keiner Weise irgendwie ein Angriff auf die DDR oder sowas ist, möchten wir einfach nur eingeräumt bekommen oder in der Realität auch eingeräumt bekommen, was uns vorher versprochen worden ist, dass wir völlig frei in der Programmgestaltung sind. Und ansonsten haben wir einfach das Gefühl, dass wir uns selber vor uns selber hauptsächlich einfach unglaubwürdig machen und dem widersprechen, was sonst unser Ding ist. Sind denn die Argumente, die von der DDR-Künstleragentur vorgetragen wurden, politischer Art gewesen? Ja, die sind komplett politischer Art. Es wird einfach gesagt, dass bestimmte Formulierungen, und da gestehe ich auch zu, dass das irgendwo seine Richtigkeit haben mag, hier einfach, dass gegenüber bestimmten Formulierungen Empfindlichkeiten da sind, die für uns zunächst mal nicht so verständlich sind. Nichtsdestotrotz kann das für uns kein Argument sein. Wurde ein konkretes Beispiel irgendwie angeführt? Eine Formulierung in einem größeren Zusammenhang, in einer Zeile geht es zum Beispiel darum zu sagen, okay, wir freuen uns, dass die starren Fronten irgendwie aufgeweicht werden, die in den letzten 30 Jahren von Originaltoren, kalten Kriegern in Ost und West eben dazu benutzt wurden, zu verhindern, dass zum Beispiel zwischen den Jugendlichen beiden Teilen Deutschlands irgendwie engere Beziehungen entstehen. Und das ist etwas, was hier offensichtlich zumindest politisch schwierig ist. Im Augenblick berät die Gruppe noch hier im Hotel hinter uns. Zu welchem Schluss, also zu welchem Entscheid wird diese Beratung führen? Der Entscheid von unserer Seite ist eigentlich gefallen. Wie ich gerade schon gesagt habe, um unser eigenes Gefühl irgendwie für das, was wir machen, zu behalten, können wir gar nicht anders als zu sagen, okay, wir spielen dieses Ding, solange wir meinen, dass es richtig ist, das zu spielen. Wenn jetzt in Diskussionen zum Beispiel, wie das heute Abend vorgesehen war, mit Jugendlichen hier in der DDR wirklich ersichtlich wird, dass es einfach komplett verkehrt ist oder so, wenn wir dieses Ding sofort canceln. Aber solange wir meinen, dass es okay ist und dass es in irgendeiner Form richtig ist, was in diesem Stück gesagt wird, werden wir das auch spielen. Und wenn das hier nicht möglich ist, dann können wir eben hier nicht spielen. Das heißt also, Alternative ist nur, entweder ihr spielt das Stück erstmal so, wie es geplant ist, oder ihr reißt aus? Genau. Ich meine, wir sind auch vor die Alternative gestellt worden. Also sollte jetzt, wie gesagt, auf dieser höheren politischen Ebene die Entscheidung fallen, dieses Stück ist hier nicht möglich, dann wird die Tournee von Seiten der Künstleragentur der DDR auch gestrichen. Eine Stunde später fahren wir zur Künstleragentur ein paar Straßen weiter. Die Verhandlungen werden jetzt hier fortgesetzt. Immer mehr Ratlosigkeit macht sich breit. Das ist noch nicht zu Ende geklärt. Alles klar. Wann kommt denn wieder hierher? Die sind ja wahrscheinlich gar nicht. Die Herren fahren ins Hotel und die anderen kommen auch gleich ins Hotel. Also die Herren von der Künstleragentur. Ist denn jetzt was Positives absehbar? Das ist echt noch nicht klar. Komplett nicht. Wir müssen noch mal unter uns was bekakeln und dann, je nachdem, was dabei rauskommt, werden wir dann in einer halben Stunde endgültig wissen, was gebacken ist. Du wirst ja auch verstehen, weil wir will die ja auch nicht in die Fahne hauen. Okay. Zwei Stunden später an der Straße unter den Linden in Berlin am Hotel unter den Linden. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Herr Niedecken, Sie fahren ab. Ja, ich will nicht sagen, dass ich was sonst machen soll. Was ist jetzt in den letzten Minuten noch passiert und was hat die Entscheidung für Sie jetzt so gebracht? Wir haben seit 11 Uhr heute Morgen, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Viertel nach drei, von 11 Uhr an über die Sache diskutiert. Wir haben unseren Standpunkt schon sehr früh klar gehabt natürlich, dass wir die Nummer auf jeden Fall, also uns vorbehalten, wann wir sie spielen und wo wir sie spielen. Dass wir also von keinem uns das Programm bestimmen lassen. Das habe ich also gestern, wenn wir hergefahren sind, auch gesagt. Und dazu stehen wir nach wie vor. Selbstredend, dass wir, sobald wir einsehen, dass irgendwas in der Nummer nicht stimmt, dann kann man sowas neu überarbeiten. Wir haben den Text so und so oft mal überarbeitet, weil sich neue Gesichtspunkte ergeben haben. Aber wie es im Moment aussieht, hat die Nummer komplett ihre Berechtigung. Ist denn über den Inhalt noch diskutiert worden oder ist nur gesagt worden, das Lied entweder gar nicht? Von uns ist gesagt worden, entweder wir spielen das Lied da, wo wir wollen, oder wir fahren wieder. Hat es denn noch Versuche gegeben, einen Kompromiss auf die Beine zu kriegen? Nein, überhaupt keinen. Hier von den Seiten, der offiziellen Seite überhaupt keinen. Wir diskutiert haben über das Stück mindestens schon einen Monat, weil wir haben es von allem, was wir halt mitgekürtet haben, immer wieder geändert. Wir haben auch heute noch darüber diskutiert, aber es gibt halt einen Punkt, wo wenn du selber ehrlich zu dir selber sein willst, gibt es eben einen Punkt, wo manche Sachen nicht mehr machbar sind. Verstehst du, wir haben keine einzige Linkerei gemacht im ganzen Vorfeld. Wir haben uns so verhalten die ganze Zeit, dass wir uns selber dabei gut fühlen. Wir haben mit offenen Karten gespielt, wir haben die Nummer gespielt, zum Beispiel in der Eifel und auf dem Weg hierhin bei Vorbereitungsgigs. Und in der Eifel wussten wir genau, dass von der DDR-Künstleragentur zwei Leute da sind, die die mitkriegen. Wir hätten ja auch komplett von vornherein geheim halten können und nicht spielen können. Und dann hier mit der Nummer ankommen, äh, jetzt spielen wir was, was ihr gar nicht kennt. Das war uns zu blöde. Wir hätten auch jetzt sagen können, wir spielen die Nummer nicht und morgen Abend diese lange Nase mimen können. Das ist uns zu blöde, wir sind im Kindergab. Aber ich würde jetzt sicher der Vorwurf hier in Ostberlin gemacht werden, dass ihr zu einer bewussten Provokation überhaupt hierher gekommen seid. Dass ihr von Anfang an eigentlich wissen musstet, dass dieses Stück hier nicht aufgeführt werden kann. Also was alles passiert, was jetzt noch alles losgeht, äh, diesen Karren drüben mit uns zu bespannen. Und was hier abgeht, das macht mir jetzt ganz schön Bauchschmerzen. Ab jetzt müssen wir unheimlich aufpassen, äh, dass wir uns ein paar hundert Meter weiter nicht von Karren spannen lassen bei den Karrenkriegern, die da sind und sagen, sie ist der Age, da habt ihr das, ihr Alternativi ist, ihr Linken oder was. Wie ist euch denn jetzt selber zumute? Wir hatten euch gefragt, als ihr hier in die DDR gestartet seid zu eurer Tournee, über die Hoffnungen, aber auch über die Befürchtungen. Wie fühlt ihr euch denn jetzt? Beschissen. Schlechter kann man sich nicht fühlen. Ich weiß auch nicht, also ich muss das erst mal verarbeiten, ich weiß jetzt nicht, was... Mich hat das überrascht, ich hab damit eigentlich nicht gerechnet. Das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann die Verstecksperre, die wird passiert Vielleicht geht er längst, weil er schon uns bedroht Und wenn man nicht weiß, wird er endlich hören Dann waren wir viele Grenzen los